Oh, oh, scheiße, ey, heute gelingt mir aber eigentlich gar nichts. Hallo und so, und schau, so weit bist du, wir spielen ein, zwei Ründchen, Minecraft, Bedwars auf revilzeit.tv auf dem Webplug, sagen wir es. So, jetzt haben wir es aber, ich habe jetzt unglaublich viel Zeit wasted, wasted time. Äh, ich gucke nochmal nach der Musik, ist zu laut. Räuche ich mich lauter, das leiser. So sollte es passen, hoffe ich. Gut, dann bauen wir es jetzt mal erst mal, ach komm, fuck. Fuck me. Das war ein bisschen peinlich. Was willst du tun, Dicker? Oh, lol, leck. Ich bin auch von der anderen Festplatte gerade auf Minecraft. Tja. Eigentlich hätte ich gedacht, dadurch kann ich vielleicht die Aufnahmequalität verbessern. Scheint nicht. Ähm. Tja, schade. Ich habe jetzt auch seit einer Ewigkeit nicht mehr Minecraft gespielt, letzten Endes. Deshalb lol, leck. Ähm. Tja, könnte das sehr scheiße laufen. Ey, ich werde definitiv vielleicht wieder die Festplatte umstellen, das ist ja grauenhaft. Ich hätte echt gedacht, das läuft ein bisschen schmuh vor. Naja. Bald ist der Fall. Schade. Das war ein knapper Sprung. Du oder ich. Du. Oh. Ja, genau. Ah. Der hat richtig reingeschissen. Ach, Junge. Lol. Also, es ist echt ein bisschen... Ich überlebe es auch nicht. Warum überlebt er das? Wie hat er das... Warte mal, das ist doch gar nicht der. Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ja. 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 Jetzt verstehe ich's. Das ist nicht dein Ernst, oder? Er wartet... Er wartet darauf... Es ist hier. Ich guck mir die Stats an. Slash Stats... BW. Er wartet hier darauf, dass wir uns bekriegen. Kommt dann zu mir rüber. Baut mein Bett ab. Während ich gegen den kämpfe. Ich guck mir das jetzt noch an, wenn der... Der muss es jetzt einfach schaffen. Sonst hat er sich gerade so viele Minuspunkte bei mir gesammelt. Das glaubst du gar nicht. So viele Minuspunkte, warte mich. Ey, wette denn, der andere ist jetzt genauso scheiße. Vielleicht mal F1 beenden. Alles klar. Schaff es. Ich schwör dir, schaff es. Wenn du es nicht schaffst, bist du für mich gestorben. Ich werde gleich nochmal einen Räuberwunsch gegen den machen. So ne Pusi. Der hat richtig Antipusitas geraucht. Ja. Will ich mir eigentlich nicht mehr angucken. Gucken sie sich das aber einfach trotzdem mal an. Kinomodus, alles drin. Alter, so ne Pusi. So ne unglaubliche Pusi. Der hat sich ja richtig Antipusitas eingefangen. Jungs. Wie kann man, wie kann man so krass das Antipusitas haben? So, so viel Antipusitas kann man nicht haben. Wie der Typ hat. Wow, dieses Hochbauen ist... Du hast nicht ernsthaft nur so wenig Blöcke dabei gehabt. Ey, ich kann nicht glauben, dass es Menschen gibt, die sowas echt machen. Ich mein gut, das geht halt... Man hat halt wenig Skill und dann muss man sowas machen, um wenigstens ein bisschen besser zu werden oder mal eine Runde zu gewinnen. Aber hier brauchst du einfach... Wer ist jetzt Skywars? Gut. Bei Skywars braucht man Coins, um sich ein Kit zu kaufen. Aber hier brauchst du keine Coins, um den Kit zu kaufen, kleiner Spasti. Du kannst einfach mal verkämpfen. Leute. Ich werde jetzt hier oben rechts eine Abstimmung machen. Und da frage ich euch jetzt mal... Findet ihr es gut, wenn ich auch so richtig asozial spielen würde? Das heißt, ich würde einfach warten, bis irgendjemand weggeht, damit ich das Wett abbauen kann. Ich würde einfach zu zweit auf jemanden gehen. Also so zu... Mehr oder weniger Team, halt mit irgendjemandem Fremden, die ich jetzt nicht direkt kenne, aber halt schon irgendwo Team ist. Oder soll ich einfach mit Bad Wars aufhören? Das wäre auch eigentlich... Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Weil das... Alles ehrlich, in Bad Wars so eine Scheiße abzuziehen, muss nicht sein. Cobweb-Taktik. Ihr könnt mich so am Arsch lecken. Die Cobweb-Taktik... Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.